Heute Nacht im Traum 1,6 Millionen Euro gewonnen, aber die Spielbank hat bankrotiert und ich erhielt nur die Hälfte der Summe und die andere musste von der Bank abgeholt werden. Vorunter dann auf Löschpapier kopierte Blütenwaren und Äste eines Duftholzes und dergleichen mehr, die ich dann versuchte bei der eigenen Bank einzutauschen. Die Spielbankbesitzerin war A.